Hallo, mein Name ist Timo Heiduck und ich stelle heute den Bereich Mediengestalter hier beim BSG vor. Die Tätigkeit teilt sich bei uns in mehrere Bereiche auf und zwar in Film und Schnitt, Grafik, Design und Fotografie. Im Bereich Film und Schnitt dreht sich alles um das Drehen und Schneiden unseres Podcasts sowie vieler weiterer Videos rund um das Unternehmen, wie zum Beispiel dieses hier. Das Erstellen der Videoinhalte für Kurse unseres Kursportals ist ebenfalls ein zentraler Aspekt des Mediengestalters. Von der Vorproduktion bis hin zur Postproduktion steht man im engen kreativen Austausch innerhalb des Marketing- und Weiterbildungsteams und arbeitet gemeinsam an neuen Inhalten und Ideen, auch für die visuelle Umsetzung des Social Media Auftritts. Natürlich ist es nicht für jeden selbstverständlich vor der Kamera zu stehen. Daher ist ein ruhiger und verständnisvoller Umgang während der Dreharbeiten besonders wichtig. Im Bereich Grafikdesign gehören das Erstellen und Aktualisieren von digitalen und Printmedien, wie zum Beispiel Flyer, Broschüren, Büro-Utensilien oder auch Messeartikeln zu den Aufgabenbereichen. Neben diesen beiden Bereichen gehört bei uns auch die Fotografie dazu. Es finden immer wieder terminierte Shooting statt, zum Beispiel für das Erstellen von Mitarbeiterportraits, die Begleitung von Events oder Aufnahmen für unsere Social Media Postings. Da wir alle unsere Leistungen auch für unsere Schwesterunternehmen anbieten, ist für Abwechslung garantiert und es wird neben der kreativen Arbeit auch Kommunikation und Organisation großgeschrieben. Hauptsächlich arbeiten wir mit Adobe-Programmen. Daher sind Grundkenntnisse in Premiere Pro, InDesign und Photoshop Voraussetzungen für die Arbeit als Mediengestalter. Da ein großer Teil unseres Lebens mit der Arbeit verknüpft ist, ist für mich ein herzlicher, familiärer und wertschätzender Umgang im Unternehmen sehr wichtig. Und ich finde es daher sehr schön, dass unser Slogan Wertschätzung mit Wunder bei uns auch gelebt wird. Außerdem finde ich es besonders, dass man auch in einem kreativen Beruf einen Teil beitragen kann, um Menschen zu helfen und etwas zu bewegen.